so hallo world war set halbe stunde habe ich zeit zur nächsten sitzung zocken wir ein wir machen schnelles game sie kommt das da dritten ich wollte einen kaffee nehmen sieht ihr das batterien vom controller beinahe leer wir zocken einfach so lange es geht kampagne online privat schnelles spiel hoffentlich nicht wieder jerusalem das ist das dritte mal hintereinander dass ich jerusalem kriege ok auf geht's jungs ich packe schon mal zwei batterien aus weil es schnell gehen muss nachher ich hoffe das seht ihr nicht bin zu dämlich paar batterien auszupacken jetzt rette die hubschrauber kuh ich glaube das ist das ja genau mit dem schiff wo die zombie horden aus drei verschiedenen richtungen kommen batterien sind am start ach ja was gibt's neues ich hab den chat gar nicht offen was denn hier los heute moin an alle erzählt mal was schnell schluck kaffee ich glaube das war aus dem museum raus da war gar nicht so viel action oder muss ich da irgendwie noch hin ich muss durch das museum durch das war der spaß so zeigt an was ich habe da bin ich der bin ich das habe ich noch leise ok und und so sind sie auf helikopter und da sind welche hier gerade was bewegt macht ihr denn da warum schießt ihr auf die ich höre hier schon dies geseiere von dem einen so ihr kennt das spiel ich suche natürlich als erstes eine sprengladung jetzt keine komme ich hier runter wenn ich auf die nerven lang nicht ach so sagt mal zu laut zu leise doppelläufige schruflinte meine liebsten waffen sind natürlich das sturmgewehr das ich hier vorbereitet habe ich das überhaupt mit ich habe eins mit schalldämpfer sturmgewehr und maschinenpistole mit schalldämpfer für den nahkampf hätte ich beinahe gesagt für das leise anschleichen in der meinung hier nach irgendwo eine sprengfalle rum sprengfalle springladung ich hatte ihn erschossen schau okay glaube ich unbegrenzt granaten zur verfügung also ich muss sie nicht wieder aufladen so wie ich das mitgekriegt habe gibt es hier noch geschenke okay die ist natürlich auch gut aber ich brauche jetzt solange ich noch nichts habe etwas leises also mit schalldämpfer werde doch gleich sehen warum damit ich ja nicht diesen ganzen zombie schwung alarmiere wenn ich die einzelnen hier kille wie ihn hier zum beispiel das hat nicht so geklappt ne lebt doch mit sicherheit oder ich weiß dass der creeper der schreihals ist dahinter ne ich weiß die 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 da der Hell. Noch keine Zuschauer? Was ist heute los? Nicht interessiert an Zombies? Get together before we continue. Moon auffüllen. Immer wichtig. Auftauen und aufhauen. Aufbauen. All good. Let's go. Ach ja. Was ist denn hier los? Let's go. 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 waffe ohne hier gleich alle aufzuwecken ich höre schon wieder so einen roten bilden klar doch warte erst mal irgendwo ist hier so ein krieg ich doch sowieso ab bis ich die So und jetzt hier schnell um die Ecke. Da erwartet uns nämlich der nächste Shitstorm hätte ich beinahe gesagt. Hallo? Die hatte ich doch vorhin schon, oder? Nur mal geguckt. Alter, wo kam der denn auf einmal her? So, kommt jetzt noch hier noch so ein Router? Ne. Okay. Du bist tot, oder? Keine Waffen heute hier. Okay. Okay. Was ist das? Hallo? Ah, Aufklärergewehr. Nee, ist nicht meine Flinte. Habe ich den schon? Ja, ich bin nicht meine Flinte. Ja, ich persönlich finde Moskau nicht so schön, also zu der Zeit 90er, 2000er, wo ich Moskau besucht habe, war es nicht so schön. Oh, hat vergessen, Entschuldigung. Es war schon eine ganz schön große, dreckige Stadt. Ach guck, hier liegt nicht tatsächlich noch eine Sprengladung hier ein, aber... Ja, der hat mir St. Petersburg definitiv besser gefallen. Oh, guck mal an. MP... Ich will die nicht primär haben, oder? Ja, wieso bin ich Sprengladung? Gesundheitstechnisch bin ich fit davor. Hier kommen sie nachher alle. Oh, was ist das? Schuhfette. Gehe gerne den Granatenwerfer. Ah, da ist meine Fette. Genau, den hätte ich gerne. Klassisches Kampfgewehr. Da ist noch einer, okay. Jetzt liebe ich das. Oh. So, ihr seid bereit für die Action. Es geht hier gleich herrlich rund. Ich werde versuchen, die Code. Shit! Was ist passiert? Code ist richtig, aber die Panel sagt, Zone Fault. System ist verletzt für zwei Minuten. Shit! 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 Hold' auf! Grenade aus! Wir müssen den Deactivator finden. Wir müssen den Deactivator finden. Es geht hier. Wandfest! Take out this gas把! Fives and sensor control panels! Rest in peace. Passt ihn! 10! Moment. Moment. Auf geht's. He's down. Creep. Over there. Found another pedal. Thank you. Arbeitet dran. Ich mein, wenn ich hier sowieso schon bin. Äh, Verbandskasten will ich auch gar nicht. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Dann passe ich doch nicht drauf auf. Und jetzt kommt hier Mr. Sprungteufel? Nein. Oh. Nichts dabei, was ich gerne hätte. Da soll ich interagieren. Alles klar, mach ich doch glück mal. Okay. Dann kommt hier. Oh, komm. Tire in the hole. I don't see it ever. Look out for the gas cloud. They're about to go very loud. They're about to go very fast. They're about to go very fast. Ich hole ihn wieder. Ich kann ihn nicht. So, 25 Minuten haben wir schon rum, ich habe gar nicht geguckt, ist jemand da? Nein, keiner. Ach, das war das, ich habe nicht nur Einzelschuss. Ich bin ein Buller. Ich bin ein Buller. Ah, Entschuldigung. Ich muss mich erst mal heilen hier. Jetzt kommt doch bestimmt wieder so ein Louis hier, oder? Ja, bei den Rand. Ganz dahaft. Gehe? Was ist er? Ja, ich bin. Ich bin. Gehe? Was ist er? Was tut denn hier? Oh, nee, this is a good day. Good idea. Oh Gott. Keine Zuschauer zum Glück bei dem schlechten Englisch. Oh Gott, we can't get away. There's a sensor in here. Oh. Oh Gott, we can't get away. There's a sensor in here. Irgendwie ist hier völliges Chaos ausgebrochen, oder? Oh Gott, we can't hold them much longer. Turn off the panel. It's not me of all. Here. Got it. Go for the door. Waste den Factor. Somebody patch me up. We're wasting time. Get to the door. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin soll. Warte, ich nehme noch ein bisschen Moom mit. Wo soll ich denn hin? Bin ich zu dem nicht heute, oder was? Ich soll dieses hier erreichen? Soll ich hier raus? Aha! Noch besser hier war ich doch, oder nicht? Ah, ich höre das schon. Ich bin aufgeschmissen. Hm. Das soll ich hier reichen? Okay. Klasse! Ich höre das dominate! Ich höre das raus. Joe! Oh! Ahem! Lass mich also weiter nach! Ahem! Ähm! Ah, alles klar. Moment. Ja, 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 finde ich leicht. Ich hab nur Kisten gesehen. Hier haben wir es, 1946. Wie schießt ihr? Ja, die ganze Zeit. Ja, 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 ja. Ich kann nicht mal heilen. So, kommt, wir müssen hier lang. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. steckt sich nur rot in hell there they are jesus it's a bloodbath ok the ice is cracking we must move fast they should slow them down voltage grid is armed but not more hello i have something to do here he's gone please come with us this is great what's in them it's rations enough to last us weeks shit we can't leave it here what's your name lady svetlana i want you to hide in the chopper guys set up defenses first what was your mission here a rescue we lost a team near red square they're gone they're gone they sent a distress call an hour ago and 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 Hier, ich werde jetzt hier nicht sterben, während ich die Verteidigung aufbaue, oder? Ernsthaft? Ne, das war nicht der, den ich aufgesprengt habe, den habe ich auch nicht aufgesprengt. Wo ist der? Das sind Maschinengewehre, okay. Ist das noch eine Springladung? Nein. Da lege ich den Hubschrauber. Was auch, ich gehe erstmal an den Mörser. Wo kommt der Schwarm? Äh. Äh. Hier ist noch keiner beim Helikopter. Okay. Von der Seite. Das ist die Hubschrauber. Die Hubschrauber. Das ist die Hubschrauber. Und das ist die Hubschrauber. das will ich stark hoffen ich suche mal kurz nun wo war denn die nun hier juli Ach ja, wieso kommen sie denn alle hierher? Ja, 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 ja. Oh mein Gott, ich bin... Bumashkov hier. State level by the museum. Wir sehen uns. Keep them off the chopper! Das ist es. Es ist klar. Meine Hand sind... Schmieds at dem Helikopter. Wir müssen die Supplieren rauskriegen. Hey, watch your shots! Coming to you. Svetlana, bist du okay? Wo? Wo bist du denn? Okay. So. 43 Minuten. Svetlana befreit. Ach ja. Das war's. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich muss zur nächsten Sitzung. Und ich muss zur nächsten Sitzung.